Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es bei mir mal was zum Thema PowerPoint und Charts bzw. Diagramme, die mit Excel verknüpft sind. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel, hinterlasst ein Like und wenn ihr Lust habt, dann bindet doch noch das Glöckchen, damit ihr zum nächsten Video benachrichtigt werdet. Das Thema hier wird jetzt nicht nur die Verknüpfung von Diagrammen in PowerPoint mit Excel sein, sondern natürlich auch die ganzen Dinge, die man beachten muss bzw. wo es eventuell Probleme gibt, zum Beispiel mit der automatischen Aktualisierung oder halt mit den Verknüpfungen selbst. Da wir Daten aus Excel heranziehen wollen, die wir dann in einem Chart, welches sich automatisch in PowerPoint aktualisiert, verknüpfen möchten, warten wir hier erstmal mit Excel und erzeugen hier uns ein leeres Dokument. Dann machen wir das jetzt mal ganz einfach. Wir nehmen hier einfach mal zwei Spalten und in die erste Spalte kommt vielleicht mal ein Monat rein und in den zweiten machen wir zum Beispiel mal Umsatz rein. So dann erstellen wir hier mal, dann formatieren wir das hier mal ganz kurz. Formatieren und machen das Benutzer definiert mit Datum und zwar wollen wir nur den Monat und das Jahr haben und dann geben wir mal die 1 0106 229 0107 2020 und dann ziehen wir uns das mal aus. ein bisschen in den aktuellen Monat bzw. den brauchen wir noch nicht, da sind wir noch nicht und geben hier mal ein paar fiktive Werte ein. Februar mal ein guter Monat. So, dann erstellen wir natürlich, machen wir mal hier in Excel erstmal ein Diagramm und fügen das jetzt mal hier in den aktuellen Monat. Das heißt, wir gehen hier mal auf Einfügen und erstellen hier zum Beispiel ein sogenanntes Balkendiagramm. Das heißt, ich markiere jetzt mal das Ganze und wir erzeugen hier ein Diagramm. Das ging ja jetzt ganz flott. Ich schiebe das hier nochmal ganz kurz hier runter, damit wir das mal hier so ein bisschen zur Seite machen können und machen uns parallel mal jetzt das PowerPoint auf. Und nehmen eine leere Präsentation. Das machen wir aber alles weg. Jetzt könnten wir in Outlook hier natürlich auch ein Diagramm einfach einfügen. Das heißt, wir nehmen hier und legen zum Beispiel auch das, was ist jetzt das Säulendiagramm, was wir benutzt haben. Und jetzt sehen wir, dass er hier ein Diagramm eingefügt hat und wir unten hier schon eine Excel-Datenreihe haben. So, jetzt könnte man sich hier natürlich auch noch abmühen und schauen, dass man die Daten jetzt neu verknüpfen kann mit dem. Und da sehen wir, dass das hier nicht geht. Es gibt keine Optionen hier irgendwie mit einer Excel-Tabelle zu verknüpfen, also einer externen Excel-Tabelle zu verknüpfen. So, machen wir das mal weg. Dann gibt es noch eine zweite Methode. Und zwar, wenn wir hier auf Einfügen gehen, können wir hier ein Objekt einfügen. So, jetzt haben wir ja die Datei hier gespeichert. Das heißt, wir könnten jetzt vom Desktop hier die Mappe einfach einfügen. So, ist aber auch nicht so gewollt. Und das Hauptproblem ist, dass diese Excel jetzt nicht mehr mit dieser Excel verknüpft ist. Also, es ist ein wirklich autarkes Objekt, was hier drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Änderung machen möchte, kann ich das hier tun. Da sehen wir, dass sich die Excel aktualisiert. Aber das ist ja nicht gewollt. Also, wir wollen ja hier diese Excel aktualisieren. Das heißt, ich kann ja hier nochmal auf Speichern gehen, damit man den Beweis hat. Das heißt, wir machen das jetzt mal, speichern mal die PowerPoint. Und öffnen die Powerprint nochmal neu. Das wird ja sein können, dass er es jetzt aktualisiert. Und wir sehen, dass es nicht identisch ist. So. Wie macht man das denn nun? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach mal in die geöffnete Excel und kopieren hier. Also aufpassen, dass wir jetzt nicht so ein einzelnes Objekt ausgewählt haben, sondern hier direkt das ganze Objekt. Und kopieren das hier einfach. Und dann gehen wir rüber in unsere PowerPoint. Und fügen das einfach ein. So. Hier müssen wir natürlich jetzt auch wieder aufpassen. Das heißt, es gibt ja so verschiedene Optionen. Hier ganz hinten. Dann ist im Prinzip der Chart oder das Diagramm einfach nur als Bild eingefügt. Das heißt, hier gibt es auch gar keine Möglichkeit, das irgendwie nachträglich noch zu bearbeiten. Wollen wir sowieso nicht. So. Machen wir raus. Das heißt, ich kopiere das hier nochmal. Dann gibt es die zweite Option. Das ist zum Beispiel ja die. Das ist Zieldesign verwenden und Arbeitsmappe einbetten. Machen wir jetzt mal. So. Da sehen wir, er hat das auch übernommen. Problem dabei ist, dass dieses Diagramm jetzt nicht mehr mit dieser Excel-Mappe verknüpft ist. Das sehen wir einfach daran. Wenn wir hier unten auf Daten gehen und Daten auswählen, dann macht er hier intern im Prinzip die Excel auf, also eine Excel-Spalte auf. Und wir können die ja jetzt hier auch, jetzt war das natürlich Quatsch, abbrechen. Wir gehen hier und nochmal. Das sehen wir jetzt hier und wir können das jetzt hier ändern. sehen, dass sich die Diagramme hier abändern. Wir haben da auch hier keine Möglichkeit, die Excel zu speichern, sondern das ist wie gesagt, ist das eingebettet. Wir können das dann hier oben mit der PowerPoint einfach speichern. Und jetzt könnten wir das mal zu machen. Und als Beweis, wir ändern hier mal die Excel und das war ein bisschen zu viel des Guten und ändern die mal ab, speichern die hier und öffnen hier mal unsere PowerPoint-Präsentation neu. Und wir sehen, das ist nicht identisch. So, dann machen wir das mal hier raus wieder. Wir kopieren die hier nochmal neu. Und jetzt gehen wir mal auf diese zweite Option. So, das heißt, ursprüngliche Formatierung beibehalten und Arbeitsmappe einbitten. So, was hat er hier gemacht? Genau das gleiche wie beim ersten. Auch nicht das Richtige. So, das heißt, nochmal kopieren. Und jetzt kommen wir mal zu dem richtigen Punkt und zwar nehmen wir die Zieldesign verwenden und Daten verknüpfen. Ursprüngliche Formatierung beibehalten und Daten verknüpfen. Also Formatierung heißt Größe, Abmaße, was auch immer oder irgendwelche Sachen. Also wenn man jetzt den nimmt, dann nutzt er ein Farbprofil von PowerPoint und wenn man das nimmt, dann nimmt er das Profil, was in Excel ausgewählt war. Also ein Farbprofil. So, wir fügen die hier mal ein. Und wenn wir jetzt hier gehen, sagen Daten auswählen, dann sehen wir, dass der hier unten keine extra Excel-Mappe geöffnet hat, sondern das ist jetzt die. So, ist auch jetzt identisch und jetzt können wir mal den Beweis antreten, das heißt, ich aktualisiere hier mal ein paar Daten und wir sehen, es geht auch live mit der Aktualisierung. So, jetzt speichern wir mal beide und schließen die PowerPoint, öffnen die wieder und jetzt aktualisieren wir hier nochmal. So, jetzt sehen wir nämlich schon das Problem, worauf ich auch hinweisen will. Da funktioniert das mit der automatischen Aktualisierung nicht mehr so. So, der Trick ist, also es gibt zwei Varianten, das heißt, einmal ich ändere hier nochmal einen Wert. Die erste Variante, wie ich gerade gezeigt habe, ist, dass man geht hier einfach mal auf diesen Filterbutton, das heißt, man klickt das Diagramm an und geht hier nochmal auf diesen Filterbutton und im selben Moment und im selben Moment werden die Daten aktualisiert. So, zweite Variante, ich ändere nochmal, ist, dass man geht hier oben über, also man klickt das Diagramm an, Format, nicht Quatsch, Entwurf und drückt hier auf Daten aktualisieren. So, und hier sehen wir auch schon das ganze Problem, es ist unbedingt ganz wichtig, wenn man die PowerPoint-Präsentation mitnimmt und die Excel-Tabellen dazu nicht mitnimmt, ist sowieso erstmal die Verknüpfung weg, das heißt, das Diagramm würde in dem Moment nicht mehr mit den aktuellen Daten beim Öffnen aktualisiert werden. Das heißt, bevor man aus dem Haus geht, sollte man grundsätzlich schauen, dass alle Diagramme aktualisiert sind. Das heißt, man geht alle Folien durch und aktualisiert das auf die gerade gezeigten Varianten. Und auch, wenn man im Haus ist, also das heißt, selbst wenn die Verknüpfungen alle stimmen und die Verbindung zur Excel steht, sollte man auch immer darauf achten, dass man erstmal alles aktualisiert, grundsätzlich. Ich will nochmal eine zweite Variante zeigen, also ein zweites Problem zeigen, was ja noch schlimmer ist, und zwar, wir entfernen das mal. Also, das sind einfach nur Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Ich mache jetzt mal beide Mappen weg und wir erstellen einfach mal, äh, äh, ne Quatsch, wir machen einfach mal auf, die Excel, und machen die PowerPoint auf. Das heißt, jetzt machen wir wieder hier Monat und Umsatz. Ich mache das jetzt mal ganz schlicht. Und 106 2020, 107 2020, und wir ziehen das hier mal nochmal auf, und dann formatieren wir uns das nochmal korrekt, das Datum, benutzerdefiniert, und machen wir einen Tag weg. Und füllen uns das nochmal mit beiden Daten auf. So, und fügen jetzt ein Diagramm ein, ein, entfügen, Diagramm, oh, da haben wir es wieder. Jetzt kopieren wir das Ganze, machen wir mal diese Elemente weg, und machen das hier verknüpft rein. So, jetzt können wir das mal hier testen. Funktioniert es, mit der Aktualisierung. So, und jetzt mache ich eins, jetzt gehe ich jetzt, äh, sozusagen jetzt tue ich hier, gehen Speichern unter, und speichere die auf den Desktop, und dann gehe ich hier, äh, auch auf Speichern unter, und speichere die auch auf den Desktop. Jetzt mache ich mal das Ganze zu, und jetzt öffne ich die PowerPoint, das heißt die Präsentation, und ich öffne auch nochmal die Excel, die wir eben hatten, und jetzt werden wir gleich ein kleines Problem sehen. Und zwar, ich ändere hier mal ein paar Daten, ich kann die auch speichern hier, damit man das nachher sieht. So, und jetzt will ich natürlich die hier aktualisieren. So, jetzt sehen wir hier das Problem. Das heißt, es ist total wichtig, dass wenn man die Excel erstellt, dass die erst mal gespeichert wird. Ansonsten ist die Verknüpfung nach dem Speichern weg. Das heißt jetzt, weil er ja, während wir das verknüpft haben, war sozusagen die Datei ja noch nicht an dem Ort gespeichert, sondern die war bloß irgendwo in einem Temp-Ordner zwischengespeichert, also was Office intern ist. Das heißt, das kann man hier aber korrigieren, indem man hier die Verknüpfung bearbeitet. das heißt, wir machen hier die Quelle, nehmen wir wieder und können jetzt aktualisieren und wir sehen, jetzt hat das funktioniert. Nervig bei dieser Sache ist natürlich, wenn man jetzt viele, viele, viele Diagramme genutzt hat und das irgendwie verpasst hat, das so zu machen, wie ich das gerade eben gemacht habe, dann verknüpft man die alle neu. Okay, genauso ist das zum Beispiel, wenn man die Datei verschiebt. Also, jetzt speichere ich das nochmal hier. Das heißt, ich mache jetzt mal hier einen neuen Ordner und noch einen neuen Ordner 2. Dann verschieben wir die Excel hier rein und die PowerPoint hier rein und jetzt öffnen wir die PowerPoint mal und die Excel können wir auch nochmal öffnen. und dann haben wir im Prinzip das gleiche Problem. Das heißt, jetzt müsste man auch wieder hier die Quelle ändern und zwar auf dem Desktop hatten wir die in Ordner 1 und jetzt können wir sie aktualisieren und jetzt sind die wieder öffnen. Das heißt, wir ändern den was, sehen hier auch wieder das Problem, dass das nicht automatisch aktualisiert, aber wenn ich jetzt hier auf diesen Button gehe, dann hat sich die aktualisiert. Wie gesagt, das ist ziemlich aufwendig, deshalb sollte man immer darauf achten, dass man die Dateien, wenn man solche Verknüpfungen nutzt, nicht großartig ständig verschiebt, da sozusagen man jedes Diagramm extra wieder neu verknüpfen muss. Kann ein bisschen aufwendig sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig erhellen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel oder hinterlasst ein Like oder auch beides und wie gesagt, wenn ihr zum nächsten Video erinnert werden wollt, dann nutzt doch auch noch das Glöckchen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest der Woche. Tschüss, Euer Christoph. Euer Christoph. ein dr pouco am und älter��. Ich habe ja gelebn Spirit, Untertitelung des ZDF, 2020